Aus welchen Gründen kann ein Arbeitsverhältnis aufgelöst werden? Grundsätzlich haben wir in der Schweiz Kündigungsfreiheit. Das heisst, jeglicher Grund kann für eine Kündigung dienen. Die Kündigung darf einfach nicht missbräuchlich sein. Was sind denn aus Ihrer Erfahrung aus die meisten Gründe, warum es zu einer Kündigung kommt? Das ist noch schwierig zu sagen. Ich habe keine Statistik zur Hand, aber aus unserer Erfahrung aus, die wir auf der Rechtsberatung haben, sind sicher wirtschaftliche Gründe sehr häufig. Aber auch z.T. die Fälle von falschem Verhalten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Muss ein Arbeitgeber oder eine Arbeitgeberin zwingend einen Grund angeben, warum die Kündigung ausgesprochen wird? Nein, das muss nicht grundsätzlich angegeben werden. Aber wir empfehlen es auf jeden Fall, weil früher oder später kommt die Frage, wieso man eigentlich gekündigt wird. Und dann muss man den Grund vielleicht nicht einfach schneller finden, sondern wirklich bereit haben. Von daher empfehlen wir, dass man einen Kündigungsgrund bereit hat und auch angibt. Inwiefern ist es für den Angestellten relevant, dass er weiss, warum er gekündigt worden ist? Ja, auch aus verschiedenen Aspekte. Aber ein wichtiger Aspekt ist dann sicher, wenn er sich arbeitslos melden muss, dann muss es natürlich schon klar sein, Stichwort arbeitslosengeld, was dann wirklich der Grund gewesen ist. Und da ist sicher auch Vorsicht geboten für den Arbeitgeber. Er ist gut beraten, dass er dann auch wirklich den richtigen Grund im Arbeitszeugnis angeht. Also nicht zum Beispiel, ob er um Kündigungen will, weil er ungenügend Leistungen erbringt. Und dann im Arbeitszeugnis aber schreiben, es sei alles tip-top gewesen. Das könnte dann heikel sein. Kommen wir nochmal zurück auf den Grund, warum einem Angestellten gekündigt wird. Kann man das noch präzisieren? Wann liegt kein Verschulden vom Angestellten vor? Ja, das ist ein bisschen von Fall zu Fall unterschiedlich. Also wenn jemand nach kurzer Zeit sich als überfordert herausstellt, zum Beispiel, dann ist sicher keine Verschulden vom Arbeitnehmer. Dann hat der Arbeitgeber wahrscheinlich einfach falsch eingeschätzt. Und ganz sicher im Falle von wirtschaftlichen Gründen, dort liegt keine Verschulden vom Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin vor. Also wenn man im Angestellten keine Steinwege legen will, dann schreibt man im besten Fall je, weil es einfach gekündigt wurde aus wirtschaftlichen Gründen. Ist das korrekt so? Ja, einfach schreiben, was man gerade will oder was am besten ist, das empfiehlt sich, glaube ich, nie. Also wirtschaftliche Gründe, wie gesagt, wenn es wirklich so gewesen ist, dann sollte man es reinschreiben, aber ja auch nicht. Einfach das schreiben und es ist ein ganz anderer Grund gewesen. Also ein ganz Beispiel ist, dass man eben aus wirtschaftlichen Gründen kündet, offiziell, das als Begründung angibt und dann eine Woche später wird die Stelle schon wieder ausgeschrieben und der Betroffenen gesagt, dann ist klar, dass er wahrscheinlich von Gericht Chancen hat gegen seinen Ex-Arbeitgeber.